Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, es wird sich was ändern. Ich würde sagen nicht nur ins Negative, sondern sicher auch ins Positive. Auf dem Gaming-Kanal werden nur noch zwei Videos pro Woche kommen, voraussichtlich. Ja, das kann sich aber noch ein bisschen ändern. Sicher einfach im Moment Hitman und ein Cooking Simulator Video. Was danach kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Einige haben es vielleicht gemerkt, ich habe diesen Channel umbenannt zum Gaming-Channel. Und ich habe einen zweiten gemacht, der einfach mein King heißt und dort kommen Real Life Videos. Aber Achtung auf Englisch. Zwar möchte ich versuchen ein bisschen international zu gehen. Ich meine, warum nicht? Und ja, auf diesem wird es aber deutsch bleiben, von daher könnt ihr das trotzdem hier noch weiter schauen. Und es würde mich freuen, wenn ihr mal auf dem anderen Kanal vorbeischaut. Dort werde ich einfach so ein bisschen Real Life Kram machen. Das Ganze ist ein bisschen abgeguckt von MrBeast. Klar, wir können jetzt nicht so machen, ja, wer das und das macht, gewinnt 1 Million. Sondern bei uns ist mir halt dann, dass der Loser bekommt dann eine Bestrafung. Und ja, genau das werden wir so ein bisschen versuchen mal anzuprobieren. Vielleicht wird es nicht, vielleicht werde ich nur noch wieder Gaming machen. Ich habe eigentlich schon Bock, ein bisschen mehr Real Life zu machen. Dort werden voraussichtlich jetzt erstmal ein Video pro Woche kommen, das wir machen. Und ja, genau. Das wäre eigentlich schon wieder ein bisschen alles gewesen. Diese Woche, muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich noch gar nicht, wie es aussieht. Weil es ist ein bisschen chaotisch. Also Gaming-Videos kommen sicher ein paar. Ich kann aber euch nicht versprechen, dass es so wie immer abläuft. Dann, ähm, auf dem anderen Kanal kommt diese Woche wahrscheinlich noch nix. Aber wir nehmen halt freitags und samstags auf. Und deswegen kommt es wahrscheinlich, wenn überhaupt, erst am Wochenende. Aber stellt euch mal darauf ein, dass es erst in der nächsten Woche kommt. Ja. Und jetzt, danke fürs Zuhören. Ich würde mich sehr über einen Daumen und ein Abo freuen. Auf diesem Kanal, wie auch auf dem anderen Kanal. Ja. Ich hoffe, wir werden es schaffen. Ich glaube aber schon, weil... Ich habe Simon, der mich unterstützt. Also, nicht Ome. Aber Simon... Ja. Mein Kollege. Er wird mich auch unterstützen auf dem anderen Kanal. Wir sind jetzt aktuell nur zwei Leute. Aber... Vielleicht wird sich das noch ändern. Ja, man weiß es nicht. Mal sehen, was die Zukunft uns bringt. Das war's mit diesem Video. Diese Woche wird absolut chronisch. Ich habe keine Ahnung, wann was kommt. Ob überhaupt was kommt. Also, es kommt safe. Ein bisschen was. Aber ich weiß nicht, wie viel es kommt. Und dann kommt ab nächster Woche einfach ein Hitman-Video. Und ein Cooking Simulator-Video. Pro Woche. Wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, so mittwochs und samstags wieder. Also, mittwochs dann Hitman, samstags dann Dings. Ja. Genau, das war eigentlich so ein bisschen das, was ich sagen wollte. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.